okay ich glaube ich bin in dem gebiet dass sie ihre erwähnte hier gibt es definitiv tödliche maschinen wenn hier irgendwo ein köder ist findet mein fokus ihn vielleicht ein behemoth und ein donnerkiefer nicht behemoth hier bebenzahn sie mit wasser beschießen der hat ja schon leben verloren ja 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 Alter, ich hätte erst mal Fallen liegen sollen, ne? Alter, ich hätte es nicht so gut sein können, aber ich hätte es nicht so gut sein können, aber ich hätte es nicht so gut sein können. Okay. Ugh! Ugh! Hup! Ugh! 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 Das wird nicht funktionieren. Keiner! Alter! Alter! Oh, hallo! Ciao! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Alter, ich kenne die voll in die Arme gerade! Oh, hallo! 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 Du blöder Hundesohn. Jetzt hab ich erst mal... Alter, ich raste ab, ey. Entwickler, ihr seid so ein paar Pisser, Alter. Ich brauch erst mal kurz durchschnaufen auf Pause, Alter. Jetzt riech mal einen Schluck Wasser. Sekunde. Die Entwickler, ne? Ganz kurz. Was hab ich denn hier so? Fernkampfmeister. Mehr Schaden mit Fährkampfwaffen. Bereits ausgerüstet, okay. Wie aktivier ich denn das? So. Durch die Wand. Klar, durch die Wand, Kollege, klar. So. Let's go. So. So. Wo? So. 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 Komm schon, Latt nach. Oh, ey, das ist doch nicht wahr, jetzt schießt sie daneben. Oh, ey, das ist doch nicht wahr. Ich hab dich gleich, Arschloch. Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Oh, Alter. Wir haben keine Healds mehr, gar nicht. Alter Schwede, ey. Boah, wären wir jetzt gestorben, ne? Ich hätte alles gehasst. Oh, hätte ich das gewusst, dass es da gleich losgeht? Also, dass beide gleich richtig draufgehen. Hätte ich erstmal alles vermint. Was ist das denn hier? Ein Brüllrücken. Kommt der denn her? Okay. Oh, Alter. So, ich wollte hier nämlich rein, weil ich hab gesehen, da geht's rein. Aber ich konnte nicht rein. Aber ich konnte nicht rein. Es ging nicht. Das war richtig fake. Da war ne Alpha Wand im Fall. Ich konnte da einfach nicht reingehen. Toll. Danke, Spiel. Oder ich bin an irgendeinem kleinen Mini-Stein hängen geblieben oder so. I don't know. Boah, ey. Oh, da oben sind noch überall Loot verteilt. Wenn ich noch nicht einsammeln konnte. Hä? Ach so, hier. Boah, ey. Boah, ey. Ich bin jetzt ein bisschen fertig, ne? Nein. Hat mich echt ein bisschen fertig gemacht jetzt. Hui. Ach so, Holz. Und dann noch dieses Fliegevieh, ey, dass auf einmal aus dem Nichts kam. Heilige. Was ist das denn? Toll. Ich hätte mal hier so einen Snack essen sollen oder so. Mann, ich benutze viel zu wenig von denen. Also, ihr seht's gar nicht. Aber hier diese, diese Dinger hier. Hätte ich mal benutzen sollen. Aber, Mann, da denke ich doch nicht mitten im Fight dran, ey. Wenn gerade alles mir irgendwie Ohren fliegt. Na gut. Da liegt noch was. Da und da unten. Hä? 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 Da war ich doch gerade. Warum? Warum hab ich das nicht gesehen? Das nehme ich mit. Ah. Ach, und da ist das Ding. Ja gut. Na dann machen wir das mal eben. Noch ein Köder. Ich sollte mich darum kümmern. Jawoll. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Äh, Bravo-Knoten präsentiert von dem Julius. Erhalten und verändert immer weiter, immer weiter. Bisher in diesem Knoten ausgeleischte lokale Abschirm 14. Hossa. Basissanierung ist sicher. Hervorragend. Oh, oh. Eingriff erkannt. Pustekuchen. Ich verliere die Kontrolle über diesen Knoten. Leid auf Charlie-Knoten. Okay, einen gibt's anscheinend noch. Ich schau mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Ganz toll. Äh. Da noch. Erstmal, bevor wir zum nächsten Köder gehen, Lebensdinger auffüllen. Ganz wichtig. Ein guter Fund. Okay, irgendwo da unten. Hm. Ah. Okay, ich glaub, damit haben wir so ziemlich alles. Hä? Hä? Oh nee, das ist in der Wand. Ernsthaft? Ein goldenes Lager in der Wand. Ja, danke Entwickler. Ja, toll. Oh, ihr seid solche Arschgeigen, Alter. Ich hasse euch. Ihr seid ein paar Penner. Was ist das hier oben? Was ist das denn? Okay. Wie kann denn das da unten landen, Alter? Im Boden? Egal. Wir haben ja ein bisschen Loot. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. Palmen, Strand und Meer. Ja, das gefällt mir doch sehr. Mhm. Oh. Okay, wo sollen wir jetzt hin? Ach, da hoch. Machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal da runter. Ah ne, dann kommen wir nicht mehr zurück, ne? Ist ein Weg von hier zum Strand? Außer, also, ich meine hoch. Mist, ich will da hin. Okay, machen wir gleich. Wir gehen erstmal den Weg wieder. Wie es, wie es im Grunde vorgeschrieben ist. Aber wir gehen da auf jeden Fall nochmal hin. Ah. Fällt der Knopf. Sorry. Äh, genau. Da geht's hoch. Bin ich hier richtig? Mein Vorrat schadet nie. Meine Rede. Was ist das? Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Okay, Rotaugenwächter ist jetzt nicht so spannend. Stachel, Schnauze. Kann nervig sein. Da oben ist noch ein Rotaugenwächter. Das war's. Das glaube ich nicht. Da sind doch bestimmt noch mehr. Die Maschine ist feueranfällig. Da sind doch bestimmt noch mehr. Das rieche ich doch. Das rieche ich doch. Na komm. Trau dich. Der entdeckt mich nicht. Der ist die ganze Zeit nur gelb. Jetzt wurde ich entdeckt. Da komm noch. Tschüss, sag ich dazu. Tschüss. Nice. Es wird dunkel. Okay. Zuerst muss ich die Maschinen erledigen. Dann kann ich den Köder überbrücken. Ja, das hast du schon gesagt. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie... Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Naja, ich dachte, jetzt kommt noch irgendein Vieh aus dem Boden oder so. Hätte mich nicht gewundert. Oh, ey. Leck mich fett. Dann können wir unsere Falle eben noch mitnehmen. Uiuiui. Na? Okay, sie sind voll. Sehr gut. Hä? Ich hab doch gerade Stimmen gehört. Eine der vermissten Tenagd. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenagd sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenala sind sie... Kenala lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira? Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance, Fatou mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveca... Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Oh, na toll. Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehn! Wir dürfen die Dinger töten? Was sind die? Du kannst nachbleiben! Mann! Den weißt du nicht aus! Das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt reißt der sich los, weil er zu weit wegsteht. Das ist doch nicht wahr, ey. Ah! Ja. Komm schon. Ich bin gar nicht. Ist der Kampf vorbei? Es gibt keine Pause. Das war unglaublich. Ich werde nach Iveca sehen. Ich sollte den Köder in der Nähe überbrücken, damit keine Maschinen mehr hergelacht werden. Gute Nacht, Panda. Schlaf gut und danke dir, Mann. Komm gut ins Bett und erhol dich gut. Ich fühle dich ganz lieb gedrückt. Nochmal vielen lieben Dank, Mann. Da oben noch. Ich bleibe hier mit Iveca, bis das Tal sicher ist. Ja, natürlich. Ich darf die Drecksarbeit wieder machen. Erstmal hier oben noch die zwei Kisten holen. So, einmal. So, jetzt weiter geht's. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus als wäre da eine Aufzeichnung. Datenschädigung minimal. Oh, Entschuldigung. Originalnachricht der Wohltäter im Anhang. Sehr nett. Bisher in diesem Knoten ausgelächter Lokale. Abschaum 4. Da geht noch mehr. Oh, Eingriff erkannt. Ich verliere die Kontrolle über diesen Knoten. Was für einen Reinfall. Keine Knoten, auf die ich umleiten kann. Selbst Ausschaltungssequenz aktiviert. An meine Wohltäter. Es war wirklich eine Freude, euch zu dienen. Hochachtungsvoll. Euer Software-basierter Minimal-Intelligenz-Lieblings-Proto-Übertragung beendet. Okay. Hast du eine merkwürdige KI? Hey Arschloch! Ich hab ne Aufgabe für dich. Der Julius ist beantwortet. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht. Wohltäter Bisser. Auf dem Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten Wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Tal sicher ist. Ui. Bin gleich zurück. Puh. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte und setzte dem ein Ende. Oh. Gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen… unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste, sind die von ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erst mal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy.